Hier ist der Weltspiegel-Podcast, unser Blick in die Welt mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Wir reden über das, wofür die Nachrichten nicht immer Zeit haben, jede Woche, eine knappe halbe Stunde lang. Hier im Weltspiegel-Podcast, diesmal mit Philipp Abrisch. Wir machen heute eine Zeitreise, stellt euch vor einen Franzose. Eine Französin geht in Paris in den Supermarkt und greift im Weinregal zu deutschem Rotwein. Melo vielleicht, weil der eigene Rotwein nicht mehr schmeckt? Trinken französische Weinfans also bald alle nur noch deutschen Rotwein oder ist das alles Quatsch? Eins ist klar, der Klimawandel bringt den Weinanbau in Europa total durcheinander, in Frankreich und in Deutschland. Hitze, Trockenheit, Kälte, Stürme, neue Sorten entstehen, neue Anbaugebiete, alles wird ein bisschen anders. Was das bedeutet für Winzer, für die Weine und für uns Weinliebhaber, darüber sprechen wir heute mit Friederike Hofmann. Das ist unsere Korrespondentin in Paris, die eine wunderbare Weltspiegel-Doku gedreht hat, zu Besuch bei jungen Winzern in Südfrankreich, die sich neu erfinden müssen, manchmal wegen des Klimas auch wirklich verzweifeln. Und wir gucken in die Zukunft an der Uni Geisenheim, erforschen Claudia Kammern und Manfred Stoll, welchen Wein wir in 30 Jahren in den Gläsern haben. Wir werden es uns gleich erzählen und außerdem verraten, warum auch Trauben Sonnenbrand bekommen können. Los geht's in Frankreich bei Friederike. Hi Friederike. Hallo Philipp. Alles in Frankreich, hat man manchmal den Eindruck, dreht sich um die Hauptstadt Paris. Ist auch bestimmt toll, als Korrespondentin mal das verrückte Paris, den ganzen Hauptstadtwahnsinn hinter sich zu lassen und aufs Land zu fahren. Oder eine Geschichte über Menschen erzählen, das machen wir immer noch am liebsten, oder? Ja, total, total. Und ich muss sagen, ich habe bei diesem Film auch wirklich viele Geschichten erlebt und auch ganz verrückte Sachen, mit denen ich vielleicht nicht unbedingt gerechnet habe. Zum Beispiel haben wir mit einem Kuhhorn und Kuhmist kosmische Energie eingefangen. Das soll die Weinstöcke stärken und den Wein besser machen und das war schon ziemlich verrückt. Also kosmische Energie, was das mit Wein zu tun hat, erzählst du uns gleich vielleicht. Du hast Paris verlassen und bist raus aufs Land. Wo bist du denn hin zu Land und Leuten? Ja, wir waren mehrmals dort unten im Süden des Landes, am westlichen Mittelmeer, in der Gegend um Narbonne, also so zwischen Meer und Bergen. Da ist das Languedoc, das ist die größte Weinbauregion in Frankreich. Und da wird auch wirklich vor allem Wein angebaut, da gibt es auch quasi nichts anderes. Das ist total schön da unten. Ich kannte die Gegend bisher noch nicht. Was ganz lustig ist, wenn man so Französisch in der Schule lernt, dann wird man da unten doch mit einem ganz anderen Akzent erwartet, was es auch nicht so einfach macht. Also zum Beispiel, Wein heißt ja auf Französisch vin und da unten wird das als Veng ausgesprochen. Der Wind, der ist Veng, das wird da unten aber auch als Veng ausgesprochen. Und bei unserem Thema, da ging es auch um viel Wein und viel Wind. Und da gab es manchmal in Gesprächen schon ganz komische Verwechslungen. Du bist nicht als Touristin dorthin gereist, sondern als Journalistin. Du hast keine Weinprobe gemacht, sondern du wolltest mit den Winzern sprechen, weil denen geht es im Moment alles andere als gut. Wie geht es den Winzern? Ja, also es gibt so zwei Dinge, die die Winzer gerade total beschäftigen. Es gab ja in letzter Zeit so Meldungen, dass einfach Frankreich viel zu viel Wein produziert, dass auch Wein vernichtet werden soll. Das ist etwas, was die Winzer total beschäftigt, dass einfach die Marktsituation extrem schwierig ist. Weshalb wir in erster Linie da unten waren, war aber, dass die Winzer auch vom Klimawandel schon sehr, sehr deutlich getroffen sind. Und das auch wirklich sehr, sehr deutlich spüren, wie sich Temperaturen verändern. Die Konsequenzen machen sich wirklich bemerkbar. Und weil die Lebenszyklen des Weinstocks so lang sind, dann müssen jetzt Entscheidungen getroffen werden, damit in der Zukunft überhaupt noch Wein produziert werden soll. Also um nur mal ein Beispiel zu nennen, bis so ein Weinstock von der Pflanzung bis zu den ersten Trauben, die man ernten kann, soweit ist, braucht das drei bis fünf Jahre. Das heißt, die müssen sich jetzt überlegen, wie sie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten weitermachen können. Da werden jetzt wirklich Weichen gestellt. Und was ich an dem Thema total spannend fand, dass man bei den Winzern wirklich auf Menschen trifft, die versuchen, Lösungen zu finden. Du hast mehrere Winzer getroffen, ich glaube auch junge Winzer. Erzähl doch mal, wen hast du da besucht? Wir haben vier Winzer getroffen. Eigentlich waren nur drei geplant, aber dann ist noch einer dazugekommen, weil mich seine Geschichte einfach total berührt hat. Und wir haben uns auf die Gegend konzentriert, die dieses Jahr so am stärksten von Trockenheit getroffen wurde. Das ist eben das Long Dock. Da kommt auch der meiste Wein in Frankreich her. Und wir haben die Winzer über die ganze Saison begleitet. Das heißt, von der Vorbereitung der Reben bis zur Lese. Und wir konnten uns wirklich ganz hautnah anschauen, wie sie mit diesen extremeren Bedingungen umgehen, welche Lösungen sie finden. Und da prallen auch wirklich, muss man ehrlicherweise sagen, ganz krasse Welten aufeinander, wie man mit dem Thema umgeht. Und ein ganz heißes Eisen ist zum Beispiel etwas, was ich vorher jetzt gar nicht so gedacht hätte, nämlich die Frage, ob man Wein bewässert oder nicht. Und? Die einen so, die anderen so. Also wir haben mit Winzern gedreht, die das überhaupt gar nicht können, weil sie keinen Zugang zu Wasser haben. Wir hatten einen Winzer, der sagt, das ist die Lösung für alles. Und einen sagt, das darf man auf gar keinen Fall machen. Also schon spannend zu sehen, wie unterschiedlich man da rangeht. Und das hören wir uns mal an. So können wir nicht lange durchhalten, höchstens ein, zwei Jahre vielleicht. Gerade jetzt, wo die Lage mit der Überproduktion sowieso schon schwierig ist. Mit so kleinen Ernten wie dieses Jahr halten wir nicht mehr lange durch. Das geht nicht. Ein solches Jahr können wir mit der Bewässerung überstehen. Wenn das nächste Jahr auch noch so trocken wird, dann könnte es schwierig werden. Aber ich bleibe trotzdem optimistisch. Wir hatten zuletzt ja auch feuchte Jahre. Da werden wir ja wohl auch noch mal feuchte Jahre bekommen. Biodynamische Methoden sind gut, aber sie können natürlich nicht das Wasser ersetzen. Sie können nicht all unsere Probleme lösen, das ist klar. Aber ich finde sowieso, Wein sollte nur dort angebaut werden, wo das ohne Bewässerung geht. Wasser ist eine knappe Ressource. Das muss uns allen bewusst sein. Wir sollten Wasser nur da nutzen, wo es gar nicht anders geht. Beim Gemüseanbau zum Beispiel. Das geht ohne Wasser nicht. Also jeder dieser Winzer hat seine eigenen Probleme. Bewässerung ist das eine große Thema, weil es eben so trocken war in den letzten Monaten, in den letzten Jahren. Wie zeigt sich das beim Weinanbau? Ja, wir haben einen Winzer getroffen, der schon im Winter kein Wasser mehr auf dem Weingut hatte. Und dieser Winzer, der kann seine Weinstöcke nicht bewässern, weil es einfach weit und breit kein Wasser gibt. Und die Folge ist, dass die Weinstöcke ganz, ganz klein geblieben sind. Auch die Trauben sind ganz klein geblieben. Es gibt kaum Blätter. Also das ist, wenn man da auf diesem, auf so einem Weinberg steht, dann sind das so kleine Pflänzchen. Und da das noch nicht reichte, gab es kurz vor der Lese noch eine ganz, ganz große Hitzewelle. Und alle diese kleinen Trauben, die nicht durch Blätter geschützt worden sind, die sind geradezu gegrillt. Und dieser Winzer, Guillaume Tavallot heißt er, der rechnet mit der schlechtesten Ernte seiner Geschichte. Gerade mal ein Viertel von dem, was er normal erntet. Und dann gab es eben noch diesen einen Winzer, der mich auch sehr berührt hat. Jean-Ric, 30 Jahre alt. Der ist vor vier Jahren total motiviert gestartet und hat das Weingut von seinem Vater übernommen. Und er ist jetzt schon richtig desillusioniert, weil er auch nicht gießen kann. Und der musste dieses Jahr knapp, also die Ernte wirklich opfern, um die Pflanzen zu retten, weil es alles so trocken war. Und eigentlich macht ihm sein Job total Spaß. Der ist in der fünften Generation jetzt Winzer in der Familie. Und der hat einen wahnsinnigen Druck, weil er nicht der Erste in der Familie sein will, der aufgibt. Und die Frage ist jetzt wirklich, ob das gut geht. Wir hören mal rein, was er sagt. Ich schneide die Trauben ab, um wenigstens die Weinstöcke zu retten. Die würden sonst alle Nährstoffe in die Trauben geben, obwohl sie so schwach sind. Sie würden sich sozusagen für ihre Trauben aufgeben. Dadurch, dass ich die Trauben nun aber abschneide, hoffe ich, dass die Weinstöcke wieder Kraft bekommen. Wir lieber dieses Jahr die Ernte opfern und hoffen, dass es nächstes Jahr was gibt. Sonst würden wir alles verlieren. Wir hatten ja vor zwei Jahren diese krasse Überschwemmungskatastrophe im Ahrtal, auch ausgerechnet ein Weinanbaugebiet. Und das hat das erste Mal, wenn man so will, hier für uns Deutsche auch ein Preisschild dran gehängt an den Klimawandel. Und uns vor Augen geführt, was diese Extremwetter uns eigentlich kosten. Mich würde mal interessieren, wie zeigt sich eigentlich der Klimawandel in Frankreich? Und ist der inzwischen auch im Bewusstsein der Menschen so angekommen wie hier in Deutschland? Ja, ich habe schon den Eindruck, dass das wirklich in den Köpfen der Französinnen und Franzosen angekommen ist. Also seitdem ich hier bin, habe ich Beiträge über krasse Hitzewellen gemacht. Es sind diverse Temperaturrekorde gebrochen worden. Also das ist schon so eine Nachrichtenlage, die immer da ist. Und man hat den Eindruck, dass diese extremen Wetterereignisse immer häufiger sind. Und dann gab es letztes Jahr so ein Schlüsselerlebnis, was vielleicht mit dem Ahrtal in Deutschland zu vergleichen ist. Es gab ja diese riesigen Brände im Süden in der Gironde. Und da hatte man wirklich das Gefühl, dass das dazu führt, dass es wirklich überall angekommen ist, dass es den Klimawandel gibt. Und dann gab es diesen Winter noch eine Dürre, wie man sie noch nicht erlebt hat. Also das gab über einen Monat quasi keinen Regen im ganzen Land. Das hat es vorher noch nicht gegeben. Und da hat man den Eindruck, dass das wirklich dadurch schon in den Kopfen hier in Frankreich angekommen ist. Die Winzer, die wollen bewusster, nachhaltiger umgehen, auch mit der Umwelt. Du hast einen Betrieb getroffen, der mit Demeter-Methoden Wein herstellt. Ein Weingut in den Korbieren. Genau, genau. Also der hat als konventioneller Winzer angefangen. Der ist eigentlich Agraringenieur. Und er hat erzählt, dass er so durch den Geschmack sich im Grunde so diesen biodynamischen Methoden zugewandt hat. Und sein Ziel ist wirklich so im Einklang mit der Natur zu arbeiten. Der will die Organismen im Boden schützen und stärken, weil das wiederum positive Auswirkungen auf die Weinstöcke hat. Und wenn man das erstmal so hört, das ist erstmal etwas ungewöhnlich. Also er behandelt beispielsweise seine Weinstöcke mit Aufgüssen. Also er macht Aufgüsse aus Baldrian und Kamille und bringt die dann auf die Weinstöcke auf. Und die krasseste Behandlung, das ist eine ganz klassische biodynamische Behandlung, aber wenn man das zum ersten Mal sieht, ist es schon wirklich verrückt. Da wird im Herbst ein Kuhhorn eingegraben, in das man Kuhmist reingesteckt hat. Das bleibt dann den ganzen Winter über in der Erde. Im März wird das Ganze wieder ausgegraben. Und das, was da drin ist, wird dann mit Wasser vermischt und in Tröpfchen auf die Weinberge aufgebracht. Und das Ziel des Ganzen ist, kosmische Energie einzufangen. Das ist die kosmische Energie, von der immer alle reden. Ja, genau. Also die kosmische Energie, die kann man mit diesem Kuhhorn einsammeln. Also als dieser Winzer mir das zum ersten Mal erzählt und gezeigt hat, da war ich auch erstmal etwas verwirrt. Und er sagt, das hat auch so gar keiner, also es ist schwierig für jemanden, der so rational an die Dinge rangeht, der so an wissenschaftliche Methoden glaubt, daran zu glauben. Aber er ist felsenfest davon überzeugt, das ist ein ganzes System, was quasi dahinter steckt, was so dieses, nicht nur den Weinstock an sich, sondern diese ganze Gesamtheit angeht. Und ich fand es spannend, im Juli hatte er wegen der Trockenheit auch echt Sorge. Also da war er auch unsicher, wie viel er wirklich dieses Jahr ernten kann. Aber mit seinen Ergebnissen ist er total zufrieden und das führt er hauptsächlich auf diese biodynamischen Methoden zurück. Weinanbau im Einklang mit der Natur, hast du gesagt, aber die Natur, das wissen wir alle, die hat auch immer mal eine Überraschung parat. Was ist das große Problem, was der Winzer hat mit seinem Betrieb und in seiner Region? Also Trockenheit, ganz klar, das war da unten dieses Jahr einfach das absolut größte Thema. Aber was ich auch am Anfang nicht so gedacht habe, das größte Problem für diesen Winzer sind Wildschweine. Durch die milderen Temperaturen vermehren die sich einfach viel stärker. Und da die dann durch die Trockenheit kein Wasser im Sommer finden, fallen die regelrecht über die Weinberge her und wollen den Saft der Trauben trinken. Und wir haben dann Wildkameras aufgehängt, um mal zu schauen, was da wirklich passiert. Und es waren wahnsinnig viele Wildschweine dort unterwegs. Und unser Winzer hat seit Jahren sich die mühevolle Arbeit gemacht, alle seine Weinberge zu umzäunen. Und er ist erst mal safe, aber seine Nachbarn werden weiterhin von Wildschweinen überrannt. Also wahnsinnige Herausforderungen für junge Winzer, Wildschweine, Klimawandel. Und dann scheint es ja so zu sein, dass sich die Trinkgewohnheiten der Franzosen ändern, oder? Hat sich etwas geändert? Die Franzosen lieben ihren Wein nach wie vor, oder hat sich was getan? Prinzipiell nehme ich das schon, weil das Wein hier einfach eine riesengroße Rolle spielt. Man hat auch das Gefühl, dass das so eine richtige Wissenschaft ist. Aber interessanterweise verändert sich so die Nachfrage ein bisschen. Also der Konsum singt. Man geht davon aus, dass es 15 Prozent weniger dieses Jahr sein wird. Bier wird interessanterweise beliebter. Und es wird gerade bei jüngeren Leuten viel weniger Alkohol getrunken. Und das führt dazu, dass in Frankreich einfach zu viel Wein produziert wird und dieses Jahr auch massenhaft Wein vernichtet. Also ich konnte mir das wirklich kaum vorstellen. Mehrere Millionen Hektoliter sollen vernichtet werden. Das ist eine riesige Menge. Und die Winzer sollen 200 Millionen Euro als Entschädigung dafür bekommen. Aber das ist schon eigentlich eine krasse Entwicklung, dass man Ressourcen einsetzt, um Wein zu produzieren, der dann vernichtet wird, indem er zu Industriealkohol verarbeitet wird. Also man muss schon etwas mutig sein, um heute Winzer zu sein in Frankreich. Du hast noch einen dritten Winzer getroffen. Vincent Pujibé heißt der. Und der glaubt voll und ganz an das Wunder der Technologie. Ja, das ist ein ganz spannender Typ. Der gilt wirklich so als revolutionär unter den Winzern in Frankreich. Das ist so ein Typ, der will einfach machen, der sucht Lösungen und der bricht auch mit Konventionen. Also es war in Frankreich lange ein absolutes Tabuthema, Wein zu bewässern. Und er war aber einer der ersten Winzer, der das überhaupt ausprobiert hat. Und der versucht, sich total breit aufzustellen. Also beispielsweise versucht er, Weinfelder zu haben, die ein bisschen trockener liegen, feuchter liegen. Er versucht einfach einen Ausgleich zu finden. Und er setzt auf neue Rebsorten. Das sind Kreuzungen, die beispielsweise gegen Pilzerkrankungen oder Trockenheit resistent sind und nicht so frühzeitig reif sind. Und wie das jetzt bei den Sorten ist, die momentan so auf den Weinbergen wachsen. Also er versucht da wirklich Dinge zu verändern. Und was ich auch total spannend fand, es gibt einfach durch diese höheren Temperaturen das Phänomen, dass die Weine deutlich mehr Alkohol enthalten. Das versuchen jetzt die Winzer natürlich durch Methoden im Weinberg irgendwie zu lösen. Aber Vincent Pugibé hat noch eine andere Methode. Und zwar nutzt er eine Entsalzungsanlage, um Wein leichter zu machen. Also da wird quasi dem Wein durch eine Umkehrosmose, nennt sich das, das ist so ein physikalisches Prinzip, wird dem Wein Alkohol entzogen. Und so kann er ganz genau steuern, wie viel Alkohol der Wein enthält. Und so kann er leichtere Weine produzieren. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast. Wenn es euch gefällt, dann liked uns gerne, folgt uns, gebt uns ein Sternchen, überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sprechen heute über Wein und das, was ihm zusetzt, der Klimawandel. Wir reden gleich weiter mit unserer Korrespondentin Friederike Hofmann in Frankreich. Aber zuerst machen wir einen kleinen Ausflug hier zu uns, nach Deutschland. Auch die Weinbauern hierzulande haben mit Hitze, Sonne, Trockenheit und extremen Wetterereignissen zu kämpfen. Aber sie bekommen Hilfe aus der Wissenschaft. Die Forscherinnen und Forscher der Hochschule Geisenheim gehen mit großer Neugierde der Frage nach. Was hilft den Trauben? Wie lassen sie sich besser schützen vor den Launen der Natur? Und wie könnte der Weinanbau der Zukunft aussehen? Und das werden sie uns jetzt verraten, Professor Claudia Kammern und Professor Manfred Stoll. Hallo, freue mich, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo, Herr Abrech. Hallihallo, aus Geisenheim. Die Weinlese ist gerade in vollem Gange. Waren Sie heute schon im Weinberg? Natürlich, heute war ein Tag wie jeder andere mit Rieslinglese. Und die Körbe sind voll? Die Bütten sind voll, ja. Der Ertrag ist sehr gut in diesem Jahr. Aber jedes Jahr bringt natürlich immer wieder neue Herausforderungen mit sich. Sie sagen, es lief bisher ganz gut. Was für Bedingungen braucht eigentlich ein Wein, um richtig gut zu werden? Na, gerade in der Reifephase sind trocknere Bedingungen meistens positiv. Und während der Lese freut man sich natürlich über den klassischen Altweibersommer. Man muss nicht im T-Shirt ernten und schwitzen. Aber ein sonniger Tag und blauer Himmel motiviert natürlich auch die Weinleser. Frau Kammern, Sie haben im Vorgespräch gesagt, früher haben die Winzer einen Reiter zum Bischof geschickt. Und der Bischof hat dann entschieden, wann die Weinlese beginnt. Inzwischen spielen ganz andere Faktoren eine Rolle. Hat man den Eindruck, der Klimawandel gibt einen ganz neuen Rhythmus vor. Auch für die deutschen Weinbauern, richtig? Ja, das ist definitiv so. Wir haben jetzt eine Reife, die sehr viel früher einsetzt, als das noch vor 50 Jahren der Fall war. Das liegt am früheren Austrieb, der oft schon Mitte April kommt, während der früher oft Anfang Mai, manchmal Mitte Mai gelegen hat. Und dadurch ist der Wein oft in dem jungen Zustand, früh ausgetrieben, Spätfrost gefährdet. Also auch eine Sache, die der Klimawandel eigentlich problematischer macht, auch wenn man das so erstmal gar nicht denkt. Dann haben wir über das ganze Jahr eine beschleunigte Entwicklung. Und am Ende dadurch auch eine viel frühere Lese. Und deswegen liegen wir jetzt oft in sehr warmen Tagen. Und wenn ich dann eine Infektion durch Pilz oder Edelfäule in den Trauben habe, dann kann die sich viel schneller ausbreiten, als das vor 50 Jahren der Fall war, als dann bei kühlen Witterungsbedingungen und kalten Nächten gelesen worden ist. Ich habe gehört, auch Trauben können Sonnenbrand bekommen. Ist das richtig? Der Sonnenbrand an der Beere, der zeigt sich wie auf unserer Haut mit einer Verfärbung. Nur wird die Beere vom leuchtenden Grün langsam lila-violett. Die Beerenhaut wird immer dünner und dann verdunstet entsprechend das Wasser aus dem Beereninnern. Und die Beere beginnt dann einzutrocknen. Nicht wie eine Rosine, sondern sie trocknet so stark ein, dass die kleinen Bärchen dann im Prinzip ausfallen und der Ertrag sich entsprechend reduziert. Wie können Sie denn den Weinbauern mit Ihrer Forschung helfen? Ja, zum einen betreiben wir ein Experiment, mit dem wir die CO2-Konzentration im Freiland über ausgewählten Beständen ausbringen, wie sie Mitte des Jahrhunderts auf dem Planeten herrschen wird. Das ist ein CO2-Anreicherungsexperiment. Und da stehen eben Rieslingstöcke und Cabernet Sauvignon drin, dass wir also einmal eine für Deutschland wichtige Rebsorte untersuchen und eine international sehr wichtige. Und was wir sehen, ist, dass die Reben unter diesem erhöhten CO2, das wird also so ausgebracht, dass immer die dem Wind zugewandte Hälfte einer Ringstruktur CO2 freisetzt. Und da sind auch Ventilatoren in den Freisetzungsköpfen. Und dann wird diese CO2-Wolke sozusagen über diesen ringförmigen Bestand getragen. Und wir haben natürlich Kontrollflächen, auf denen genau dieselbe Struktur steht, nur dass kein CO2 freigesetzt wird. Und das vergleichen wir dann. Und da sehen wir, dass gerade der Riesling, der macht zwar mehr Biomasse, mehr Blattbiomasse, mehr Holzbiomasse, aber nicht mehr Traubenertrag. Also es gibt Jahre mit etwas mehr und Jahre mit etwas weniger. Was er aber dummerweise hat, ist ein erhöhter Anteil an Fäulnis. Also wir bekamen mehr faule Trauben drin, weil die einzelnen Bärchen größer werden in der Traube. Die Traube ist sehr kompakt und da kann es ganz schnell zu Rissen in der Bärenhaut und dann Eintritt von Fäulniskeimen kommen. Wir sind ja hier in Hamburg und hier gab es auch schon erste Versuche, Wein anzubauen am Hafen in St. Pauli. Das war nicht so von Erfolg gekrönt. Was meinen Sie, in Zukunft vielleicht doch? Naja, wir haben, wenn wir weiter nach Norden gehen, dann kommen wir auf höhere Breitengrade. Und das bedeutet, dass wir im Sommer längere helle Nächte haben und im Winter längere dunkle Nächte. Und wir haben auch bestimmte, ich sag mal, Frostrisiken einfach durch den geografischen Breitengrad bestimmt. Das heißt, Sie werden jetzt im April dasselbe Frostrisiko in Norditalien oder in Mittelitalien nicht so haben wie hier auf dem 50. Breitengrad im Greingau. Das heißt, einfach nur alles nach Norden zu verschieben, ist nicht die Lösung aller Probleme. Wir müssen, wenn wir weiter im Norden, es gibt auch Südschweden schon erste Weingüter, das stimmt. Und wenn man da anbauen will, muss man möglichst pilzwiderständige Rebsorten verwenden und auch frühreifende Rebsorten, die dann mit einem sehr harschen Klima klarkommen. Und dort muss ich dennoch wahrscheinlich eine Tröpfchen Beregnung mit anbringen, damit ich vor Spätfrösten nochmal durch eine Frostschutzberegnung schützen kann. Das ist also auch trotz Klimawandel jetzt nicht so, dass man sagt, oh super, jetzt verschieben wir alles in Norden. So ganz so leicht ist es nicht. Bisher waren ja die Deutschen für ihre Weißweine bekannt und Rot wurde eher, naja, belächelt vielleicht. Was meinen Sie, kaufen französische Weinfans vielleicht bald doch auch deutsche Rotweine? Rote Rebsorten haben vielerlei Gründe, weshalb sie auch verstärkt angebaut werden. In einem Weißweinland wie Deutschland werden wir aber nach wie vor, glaube ich, auch noch einige dieser weißen Sorten als Leitrebsorte haben. In vielen Nischen wird es auch vielleicht die ein oder andere international renommierte Sorte geben. Aber das ist derzeit nach wie vor auch noch ein relativ geringer Anteil. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch und viele Grüße nach Geisenheim. Nochmal zu Friederike Hofmann in Paris. Du warst ja bei Winzern in Südfrankreich unterwegs und hast erlebt, wie sie gegen den Klimawandel ankämpfen, manchmal richtig verzweifelt. Und du warst ja auch in einem Labor. Wie hast du das da erlebt? Was wird dort untersucht? Das ist in Montpellier ein relativ großes Institut. Die machen ganz unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel erforschen die, wie Wein darauf reagiert, wenn er in Regionen wächst, wo es bisher keinen Wein gibt. Also irgendwie im nördlichen Skandinavien, wie man zum Beispiel mit Lichtverhältnissen umgeht. Aber die züchten auch diese neuen Rebsorten, über die wir gerade gesprochen haben. Da habe ich sogar auch mitgemacht. Ich durfte das auch. Da waren wir in einem Gewächshaus. Der Weingenetiker Laurent Thorey-Grossard, der hat mich das dann auch mit einer kleinen Pinzette machen lassen. Da muss man mit einer Pinzette wirklich die Blüte öffnen. Das ist ganz, ganz, sie sind vielleicht ein, zwei Millimeter groß. Also das ist wirklich relativ anstrengend. Man muss sich sehr konzentrieren. Und dann mit einem Pinsel bringt er dann Pollen auf. Und das Ziel ist, dass man europäische Sorten mit zum Beispiel amerikanischen oder asiatischen Sorten kreuzt. Und dadurch neue Sorten züchtet, die besser umgehen können mit den Konsequenzen des Klimawandels. Als zum Beispiel Trockenheit, größere Anfälligkeit für Pilzerkrankungen und so weiter. Und da können sie wirklich Sorten züchten, die mit den Konsequenzen des Klimawandels besser klarkommen. Also die beispielsweise Trockenheit besser aushalten können oder Feuchtigkeit. Oder sie schaffen es auch, Sorten zu züchten, die einfach nicht so viel Alkohol enthalten, wenn sie dann gelesen werden. Und da ist schon ein recht großer Schritt, der dann nach vorne gemacht wird. Also acht Sorten von diesem Institut sind auch heute schon in den Weinbergen. Aber es sind natürlich viele Tests und ein aufwendiges Zulassungsverfahren möglich. Und das kann schon mal 20 Jahre dauern, bis diese Rebsorten wirklich bei den Winzern auf dem Weinberg ankommen. Du hast gerade erzählt, der Bordeaux musste weggekippt werden, weil es eine Überproduktion gab. Andere Weinsorten leiden unter dem Klimawandel. Lässt sich eigentlich prognostizieren, wie wird sich der Weinanbau in den nächsten Jahren entwickeln? Welchen Wein trinken die Franzosen in 20 oder 30 Jahren? Ja, das ist echt eine spannende Frage. Also mir ist klar geworden, dass die Winzer hier wirklich an einem Wendepunkt gerade stehen, weil sie jetzt Entscheidungen treffen müssen, wie sie in der Zukunft weitermachen. Ganz klar ist, so weitermachen wie bisher, dass man einfach gar nichts tut, das geht nicht. Und es kann schon gut sein, dass es auch Winzer geben wird, die aufgeben müssen, weil sie eben keinen Zugang zu Wasser oder anderen Möglichkeiten haben. Oder auch die Nachfrage nicht da ist. Aber was dann schon spannend ist, dass es funktionierende Lösungen gibt, technische, ökologische. Also es wird sicherlich weiter Wein in Sint Frankreich geben, aber es wird anders sein als bisher. Die Deutschen stellen sich auch um. Deutsche Weißweine waren ja immer schon sehr gut. Aber stell dir vor, dass die Franzosen vielleicht irgendwann deutsche Rotweine kaufen müssen. Ja, deutsche Weine sind ja hier eigentlich auch recht beliebt. Also die sind noch nicht so groß, aber im Kommen. Aber man schaut immer schon ein bisschen mit einem Auge, was da in Deutschland so passiert. Und was das hier angeht, da hat unser einer Winzer immer einen Witz gemacht, der natürlich einen bisschen traurigen Inhalt hatte. Aber er fragte sich, ob er bald Kakteen anpflanzen wird. Aber ich habe schon das Gefühl, dass hier schon einfach Dinge passieren, sodass sich im Weinbau auch einiges tun wird, dass man hier auch in Zukunft auch einfach Wein haben wird. Kakteen, weil es so trocken ist inzwischen. Friederike Hofmann, vielen Dank für diese spannenden Antworten. Letzte Frage, ehrliche Antwort. Wie oft warst du beschwippst? Nicht einmal. Also ich war echt überrascht, dass sehr, sehr wenig getrunken wird. Also es war schon, dass die Winzer, die haben uns natürlich ihre Weine gezeigt. Aber da wird nicht viel getrunken. Beim Mittagessen haben sie mal ein Schlückchen. Aber beispielsweise bei diesem technologischen Winzer, da war völlig klar, wenn der Wein auf dem Tisch steht, steht auch gleichzeitig alkoholfreier Wein auf dem Tisch. Also es wurde gar nicht so viel getrunken, wie man vielleicht denken würde. Vorbildlich. Und danke dir, Friederike Hofmann in Paris. Danke dir. Wenn ihr mehr erfahren wollt von dieser Reise durch Frankreich und was Friederike und ihr Co-Autor Nils Kassiens bei den Winzern erlebt haben, gibt es alles in der ARD Mediathek. Heißt Frankreich Wein in Gefahr. Tolle Doku. Es geht auch nicht nur um Wein, nicht nur um Klimawandel, auch um viel französisches Lebensgefühl. Reingucken. Cooler Film. Und dann will ich noch ein bisschen Werbung machen für den neuen ARD-Podcast unseres Studios in Warschau. Der heißt, ganz leicht zu merken, in Polen. Was ist eigentlich in Polen los? Seit Jahren scheint es so, als wenn es vor allem schlechte Nachrichten von dort gibt. Angriffe auf die Justiz und freie Medien. Der Dauerkrach mit der EU. Verabschiedet sich da ein Land langsam von der Demokratie? Mitten in Europa? Oder stimmt der Eindruck gar nicht? Die ARD-Korrespondenten aus dem Studio Warschau, Christine Joachim und Martin Adam, gucken genau hin. Wie geht's dem Land? Was sagen die Polen? Wie ist die Stimmung vor den wichtigen Parlamentswahlen Mitte Oktober? In Polen. Nehmt euch mit in unser Nachbarland. Am 14.09. geht's los. Dann gibt's jede Woche eine neue Folge. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Jetzt abonnieren. Das war's von uns vom Weltspiegel-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Folgen, fürs Liken. Sagen Nicole Bülhoff, Philipp Weber und ich, Philipp Abrisch.